Tut er schon, tut er schon? Ich glaube ja. Auf jeden Fall Willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft Classic Rod of the Leech King So, als allererstes gehe ich mal zum Briefkasten Achso, reinstellen Warte mal noch ganz kurz Und da auch noch Switchern Passt, da muss ich wieder umtun Auf mich selber Also auf mich selber so Ich habe ja gesagt, ich möchte ja schon dass mich alle verstehen Nicht nur die in meinem Bundesland Aha Jo Her damit, her damit, her damit Aha Ja Also, hauptsächlich werden wir heute wieder Berufe machen Wir waren das hier nur schnell mit der Ohrgrimma Da hat es ja in der Portal gegeben, oder? Gott, das soll ich jetzt noch wissen Mama mia Ja Achso, genau, ich habe das ja so gemacht Ja, ist eigentlich auch egal Da geht alles, ja passt Ich werde das Ich werde das vielleicht offen lassen, damit ich Ich Also, ich gehe nochmal noch Pesserrott Zuerst aber möchte ich in irgendeine Hauptstadt rein Ich glaube, das wird in dem Fall Unterstadt werden Ja Das habe ich gerade vorhin gelesen Zwecks Wenn man vier Stunden lang Wo zuschaut, tritt mir etwa ein Heidtier oder so Oder ein Haustier Das wird ja bei mir gar nicht funktionieren gescheit, weil ich Stream genau eine Stunde Ha! Na, heute fällt es sogar ein bisschen länger Das wird ein Flug Aber Ich habe ja noch was anderes Seit der auch noch vor Nachdem wir so schön Level 59 sind Aber dann möchte ich mir Die Quest dazu holen Die gibt es ja auch in Unterstadt Für das die jeweilige Schlacht fällt Schlacht fällt So Na, ich finde es interessant Die World of Warcraft Classic Videos Rod of the Licht King Kommen echt gut an Für das, dass es eigentlich Wieder ein Let's Play ist Und ich von den Let's Plays Wegkommen wollte Aber Tja Rod of the Licht King War halt einfach die Beliebteste Erweiterung Es ist so Da kommt nichts dagegen an Das ist die Lens-Nabe Ah Gott Oh Gott Deine Decker-Titel vielleicht einmal machen Ich weiß noch nicht Wie ist denn das jetzt? Bleiben die selber dann bei Rod of the Licht King Oder Wollen die dann später zu Kataklesium? Weil auf Kataklesium habe ich irgendwie überhaupt keinen Bock Quattarier wäre eventuell wieder interessant wegen den Berufen Weil da ist ja egal wie weit du in Ithorod bist mit den Berufen Du kannst ja dann extra machen Ach Gott, mein rechter Bildschirm fällt zwischendurch immer aus. Jetzt habe ich gedacht, das Kabel, der Bildschirm selber, der ist das auch nicht. Aha, da oben ist so ein Turm. Schon wieder. Aber ich glaube, das ist einfach Windows momentan. Der ist über HDMI angesteckt. Und weder Windows oder meine neue Grafikkarte, vielleicht, dass der Stecker nicht so ganz soll. Aber ich hätte auch in einem zweiten HDMI, das würde nicht das Problem sein. Und ich glaube, ein vierter Bildschirm wird bei mir ein bisschen übertrieben. Wie ich da den Soundaufschlag sehe, jedes Mal, wenn der flattert. Floppunkt, den ich noch nicht hab, da. Okay. Ja gut, bei Rod of the Lich King in den Decker zu machen, ist interessant. Viele können sich eh schon denken, weil man kann ja nicht fliegen. Bye. Was haben wir da jetzt? Bye, 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 was sollte ich jetzt sagen? Bye, 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 bye. Kataklysium kannst du ja fliegen da, benedem Decker leicht machen können. Hast du mir ein paar Stunden hingesitzt und fertig. Aber hier wird es ja glaube ich eine Operation von mehreren Tagen. TIRISVOL! Den Flugpunkt habe ich auch nicht. Dann können wir dann gleich weiterfarmen in TIRISVOL. Weil, dass wir den Flugpunkt nicht haben, ist irgendwie schäbig. So, jetzt habe ich noch nicht nachgeschaut. Ist da eine Einstellung eh eingestellt? Kanal und Videos... Ne. Wo sehe ich das? Marke, Zeitplan? Ne, auch nicht. Inhalte, Video, aber na... Ach Gott, wo ist denn das? Stream Manager, Analysen, Inhalt... Ah, da... Frühere Übertragungen speichern passt. Ich schaue das nicht mehr nach, weil... Ich will ja haben, dass die Folgen später auf YouTube landen. Und dann wäre es natürlich bitter, wenn das dann... Könnt ihr euch eh schon denken. So, wir sind in Unterstadt. Mittlerweile kenne ich mich da sogar schon fast besser aus, als wie in Orgrima. Wir haben ja bei Rising Gods einen untoten Schurken mal gespielt. Und dann jetzt auch noch... Hier. Rising Gods ist ja der einzige... Wer weiß, Server, der irgendwie... erst legal rüberkommt. Was ist? Die neue Grenze. Was die neue Grenze? Aha. Sieg für Sylvanas. S! Ach Gott, wie war das? Falsche Richtung. Aha. Gut, dass man das im Spiel nicht sieht, aber NOX fe conceit mit... ... fett eine Werbung ein. Ich weiß nicht, ihr habt einen Noxplayer ja immer so gern mögen für Android, aber in letzter Zeit schmeißt ihr mit der seit dem letzten Update Wirbungen rein. Ich kann mir dann nachher noch die Quests da anschauen. Das ist aber Schlachtfeld. Schlachtfeld! Da, was ist mit dir da? Alter Raktall! Und dann nehmen wir uns aus! Was hast du? Hm, schert mich nicht. Dann mache ich lieber weiter bei der Schirmwelt, bevor ich mit der Olden da... Wortwörtlich Olden. So, was hat der noch? Chemiker, Brenner. Bei dem Brennzimmer. Ehm... Ah, da unten. Na, schauen wir da von mir aus noch rein und dann wissen wir aber... ...oder sind durchschnittliche Wartezeit... ...nicht verfügbar. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin ganz ohr. Leb wohl. Im Teufelswald. So, mit dem Un'Goro. Wo gehe ich denn hin? Der Krater von Un'Goro ist geil. Ich bin ganz ohr. Nach Unterstadt... Warte... Warte... Das hier sind nicht der Stadt selber, das kann man ruhig machen... übermaß die dunkle fürstin schütze euch unsere zeit wird kommen da sind ja die eingesperrten menschen das hat ja früher wirklich so sekten gegeben was wirklich die menschen eingesperrt hat und dann tut der finger ab tut was ab und die menschen aber weiter leben lassen so und ja also ich schätze mal ich muss erteilen sie weil das sind eps die sind wieder zurück rüber das sind solche gratis eps die sind und rufe auch ein bisschen wir sind nur zum hin und her rennen also der gehe ja mal hätte bis hoch passt aber gut wir würden da unten etwas verlangt ihr vom tod nach gott geht's an jetzt nicht ich werde jetzt mal raus an die frische luft gehen und etwas farmen die tarnschließkassette aha wo bin ich hilfe das ist einfach ein eingang da rein so wird er schon da ist machen wir mal einen scan was haben wir da überhaupt aha ein stapel noch machen wir bis auf zwei stapel von ein weit kauft sich der todel ein was haben wir da noch denn da den fisch würde ich mehr behalten apropos den fisch ich schaue noch ob die kochkunst werden dann noch was hat für uns ich bin ganz warte die dunkle fürstin schütze die 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 Okay, es dauert, es dauert keine Rezeptierung sein. Ach, leck mich doch! Wo bin ich? Wo bin ich? Da, der Raum, der ist irgendwie so strange. Da haben wir Sonnenlicht rein oder was es sein soll und ja. Wo war der Raum? Ich meine, das arme Pferd eigentlich, wenn du da fette Taure rumsitzt. Gut, dann kalabieren wir hier mal durch. Ich habe mich ja damals für zwei Sammelberufe entschieden. Wenn ich mich recht erinnere, müsste hier sogar ein Rezept sein von denen oder was von denen? Holzfleisch, oder? Holzfleisch passt. Aber ich glaube, von denen gibt es auch was. Was das war? Was war das? Ja, da war was. Kann ich noch nicht drücken? Dann gibt es nicht ein Rezept. Wieso gibt es hier nichts? Nichts. Kein Pflanzen. Nichts zu mordbaren. Nichts gibt es da. Lombier nach Zange, ja. Und da drüben wird was angezeigt. Viel berat. Wir sehen, Gürtel, neberät sicher. Ich muss näher rein. Ja, schon verstanden. Ach, schon. Handwerkswaren. Okay. Die Sachen zum Abbauen werden eher beim Berg drüben sein. Ich weiß nicht, wie weit hinten beim Kaufen. Und immer als Rollsfleisch mit. Ah, ja, da. Okay. Ich merke, wir sollten dann eh schon bald in die nächste gehen, ne? Ich geh mal hier so entlang. Aha. Da zeig dir meine Pflanze an. Das Ballwerk. Ballwerk! So. Ah ja, das sind wir schon. Was haben die da schöne Sachen? Aha. Nee. Raus mit der Sprache. Ehre den Sindorai. Nimm das, Mann. Da hab ich nicht gehört. Ich mach dir bald am Tod. Was jetzt? Ja, da bin ich einfach zwischendurch die ganzen Flugrouten. Also alle hat er nicht drinnen. Aber ich kann nach Beutebucht fliegen. Hauptsache das geht. Ey, ich vertraut ja auch nicht. So, was wollen die Menschen? Also das ist so. Was? Kraft! Kann das. Aha. Das ist... Interessiert mich recht wenig, wenn ich ehrlich bin. Haben wir die Flugroute vom Silberwald drin? Hoffentlich ist das wichtig. Okay. Ich glaube, jetzt warten wir sehen, wenn wir da weiterschauen. So, wie lange sind wir schon live? 21 Minuten, bis der Tepper die Zeit vergeht. Da geht noch nichts. Ja, gut. 1.13, dass da keine Online ist. Bei World of Warcraft vor allem ist das schon ein bisschen komisch. Oder? Ja. Alter Rackgebirge. Rössche Gegend! Aber schöne Gegend! Ich liebe es hier. Da Tariensmühle. Aber das ist ja genau da. Tariensmühle. Da gibt er den einen Dungeon mit Frau. War glaube ich seine geliebte Suisse. War das da irgendwie? Das ist das von Dalaran. Aha, das sind die Ecke, gut. Der Dalaran-Krater. Ja, die Stadt. Zuerst nach Norden und dann woanders hin. Oh, was ist denn da für ein Umweg blickt? Nein, gut. Gut. Das ist gut. Wir brauchen hier so einiges. Ich glaube Angeln kann man hier auch gut. Ja sicher habe ich ja bei meinen Schurken gesehen. Neue Erfahrung. Wow! Schnauze! Da drüben gibt's was. Das geht noch nicht. Oder was? Na das geht wieder nicht, weißt? Wie geht's euch? Hallo, wie geht's euch? Da war jetzt drinnen die Termine. Hä? Ich habe über sie die ganzen Mine nicht. Warte, dann gibt's sicher was zum Abfahren, oder? Na was soll was von? Hallo! Die damalige Musik von... Wie heißt es? Gelneas? Gelneas, die Quaistreppung. Gelneas und die Wolken habe ich auch so gelebt. Ok, 10 Vorkommen geht noch nie. Ah ja. Ah ja. Du bist ein Dunkelter. Naja, bisschen was haben wir auch bekommen, das ist ja schon mal was. Ja, Wurzeln, die können wir nehmen. Komm her, da Wurzeln tut's wieder Wurzeln. Haben wir da eigentlich schon was von den Sachen, wobei mein Schurken halt mit ein bisschen Kürschen schon gerät. Und der ist am Level 18 oder so. Das ist halt auch nicht so die Welt. Wir gehen jetzt um die passiven Effekte da hauptsächlich. Boom, boom, boom. Keine Kürtel. Boom, boom, boom. Bei der Wurwurm. Wo bin ich da? Aha. Tolle Gangs. Ähm. Hier möchte ich meine Behausung aufschlagen. Wenn sie nicht so düster wäre, wäre es wirklich eine schöne Gegend. Mit einem See daneben. Die Kreaturen müsste man halt ausschalten. Und so weg tun irgendwie. Aber... Da drüben kann man sogar angeln. Aha. Sehr, 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 sehr kurz. Da drüben. 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 Nerven. Da drüben. Da drüben. mal angeln. Boah, bis da mal was weiter geht. Gut, dass wir noch jeden zweiten Stream die Berufe machen, weil sonst sitzen wir da ja ewig. Aha, was war das jetzt? Das geht, glaube ich, noch, oder? Mann, ihr würdet sich in den Schlagstil jetzt machen. Das ist eine Sache-Partie. Woher habe ich da nicht schon genug? Aha, ne. Da hat ja fast gar nichts. Und ja, bevor wir dann aufhören, würde ich nochmal nach Unterstadt verschauen. Schon allein, um zu schauen, ob der Angellehrer nicht irgendwas hat. Wird tapet mäßig. Okay. 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 Moment. Wege auch schon allein So, den nehmen wir doch mit und dann Das wäre vom Angeln her einmal Ich hab ihn da draufgekommen, dass er aus da war Na ja gut Oh Gott Welches Teil fehlt Kann schon sein, dass ich das unbeabsichtigt verkauft habe Jetzt schauen wir trotzdem mal weiter was es hier noch so gibt Da haben wir wieder was zum abbauen Kupfer 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 Ach, wie weit haben wir Kräuterkunde? Anscheinend doch nicht so weit wie's ausschaut. Also hätten wir doch in der anderen Gegend noch bleiben sollen. Ich hab gedacht, da sind wir schon weiter. Da, Erdwurzel, die können wir nehmen. So, und da drüben gibt's auch noch was. Nein, das geht nicht. Ich hab nicht mehr Angst, dass ich die ganzen Sachen übersehen. Markus König, na? Also für mich gibt es bis heute noch kein besseres RPG als die World of Warcraft. Das muss ich World of Warcraft lassen. Zum Beispiel die Ansicht da mit dem Fenster und dem Ganzen, das vermisse ich so bei Skyrim. Das Ansehen wie bei Fallout 4, das... Es tut mir leid, aber es kann einfach nichts. Nur raufdrücken und es ist irgendwie so lieblos, keine Ahnung. Ich bin da nicht so ein Fan davon. Okay. Da unten gibt's auch noch eins. Oh Gott. Hm. Wo war das? Oh, na, J, H, na, da, Vertiköten, aha, Werk, was ich darf auf 850, dazu können wir ruhig ein bisschen aufholen. Friedensblume, erschießt Liebe in dein Herz. Also eigentlich sieht es ja Friedenspanzer, aber gut. Die Ärzte. Das ist zu weit entfernt. Jo, ein Zentimeter weniger und du bist weit weg. Ah, schau, das passt gut. Ich sehe es. Bärenfleisch, bringt mir das was? Die Bärenmarke, äh, ja. Ich brauche ein Ziel. Er braucht ein Ziel. Habt ihr das gehört? Er hat noch kein Ziel im Leben und braucht eins. Hm. Spendet ihr jetzt? Na, Scherz. Ähm. Es ist in der Nacht, schaut die Gegend echt geil aus. Wasch, dunkel, okay. Wo bin ich? Ah, bei die Spinnen. Spiderschwein, Spiderschwein. Gibt doch diesen Spiderschwein. Aha, war da. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Ja, das ist mir so ein Wursch, was du musst. Also beim letzten Beruf, wir fahren mit dem Wind wie effektiver. Na gut, das war Doro da, da kennt jeder jedes Eck. Da drin gibt's nichts zu mappern. Schuh, 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 schuh. Na, so mappa, was ist hier los? Was ist das? Nichts spann ich das. Was ist da los? Nichts abbauen. Seh's. Aha, was zum Verkaufen passt. Ohhhhhhhhhh. Ohhhhhhhhhh. Ehhhhh. Da, geh weg. Ja, komm, jetzt ist einmal zu top, kommts. Legt euch alle Privatlämpfe. Okay, den muss ich loten, es hebt nichts. Wenn ich jetzt schon nicht kochen kann, dann... Äh, wie jetzt? Wie, was, was? Okay, bin ich da falsch abgebogen. Hätt aber auch nicht, na, da muss ich rein. Ahhhhhhh. It's cool, man. Hörische Richtung, ich will raus, 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 raus. Acht Platz. Wie viel davon ist Schrott? Nicht so viel. Einerseits... Gut. Keiner Giftvertraum für erste Hilfe. Aus dem Grund, weil ich es noch nie erstellt hab. Aus dem Grund, weil ich es noch nie erstellt hab. Achso. Habe ich echt gut ernsthaft... ...statt dem... AHHHHHHHHH. Also zeitweise... Aber es hat den gleichen Effekt. Erste Hilfe ist um 1 gestiegen, also... Leug mich doch am Arsch. Ich muss näher ran. Ja da geh ich näher ran. Ich muss näher ran zu meinem Bier. Also... Aha, da hinten in dem... ... Gebirge soll das sein. Ja, was entdecke ich hier noch alles? Und ich finde es interessant, dass es so eine Pflanze ist und überhaupt keine Mine. Ich finde es interessant, dass es so eine Pflanze ist und überhaupt keine Mine. Was ist dunkel? Was ist dunkel? Was ist dunkel? Ja, grüner Daumen... Ja, das ist schön. Und wo unser... Dauergut, das ist Verhütung. Das ist aber was anderes. Nein, Verhütung. Das ist aber was anderes. Das darf es auch keine Mine gibt. Wenn auch so Geld bringen, dass es uns die Berufe zur Zeit eh nichts. Ich weiß ja gar nicht wie man das... Aha. Das erste Song. Kannst gleich herkommen da, schau. Ich habe kein Ziel. Aha, der hat nichts Gescheites, gut. Ja, ich habe immer ein Bier. Das ist so. Ja, unten. Ja, unten. 3 und wir kommen der die 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 um 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 Was ist bei mir da nichts daherkommt da? Also nichts zum abbauen, ich versteh's nicht. Es tut mir leid, aber... Warum nicht? Wir haben eh jetzt wurschtig alle Sachen, einzeln auch in Sahar. Wilder, ja Kräuter, aha. Und da geht gar nichts heute. Das wär ein Highlight gewesen irgendwie. Ja, ja, ja! Hilf mir, Baby, one more time. Ähm, ja, äh. Grüß euch, Leidl. Ähm, wo sind wir überhaupt? Da oben? Da hat's ja auch irgendwie eine Questreihe gegeben. Aber die muss man, glaub ich, von da stattdrehen starten. Oh, ich merke, wir müssen nicht bald zurück. Wir haben keinen Platz. Ja, sicher. Aha, nee. Ich begrüß gar keinen. Ich bin sicherlich an so viele Minen einfach vorbeigegangen. Weil ich zwischendurch einfach blind bin, das weiß ich eh, aber... Ja. Da haben wir ja auch. Ich weiß, ob wir den, glaub ich, noch bis zum Haus begleiten oder so, irgendwie. Ich mein, wenn wir sie am Heimweg liegt, können wir das eigentlich gleich mitmachen. Räuterkunde haben wir auf 60. Okay, ich glaub, wir sollten dann nachher eh nach Unterstadt zurück. Und alles fertig machen. Raus mit der Sprache! Räuterkunde haben wir auf 60. Unsere Zeit wird kommen. Wolfsleif sammeln kann aber auch nicht schaden. Also haben wir fast wie die Berufe hier auch getan. So haben wir fast wie die Berufe hier auch getan. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und auf 850 £4. Das ist nur noch eine Beuee. Die Berufe ist noch nicht bereit. Ich kann nicht battery. Ah, und schon abgeschlossen, 3 Meter. Das ist ja auch geschenkt. Okay, gehen wir zurück. Legen wir um da statt, machen das mit den Berufen zu Ende, soweit wie es heute geht. Meinten sind wir leider nicht gekommen, aber okay, es tut mir leid, aber das liegt mitten am Weg. Und der auch. Nämlich da gibt es eine Person, der ist in der Schurkenquest. Die geht vom Grabmal bis nach Prel immer hin und her. Und das musst du umbringen dann. Das ist... Äh, wo ist denn da was? Das ist ja fasziniert. Ja, daul. Willst du zurückgehen und findest da uns pflanzen. Oh, es ist ja ein Fluch. Ich komme da rauf. Ah, es ist ein Fluch, dass ich nicht da rauf komme. Lasst mich herauf. Hilfe. Ich bin außer Reichweite. Ja, mein Gott, komm. Ich muss zuerst etwas anwesend sein. Hier will sie Diaboldauern. Ah, da vorne haben wir noch ein Flänchen. Mal schauen, ob wir da drüben so felsig ist, aber der ist glaube ich nichts, oder? Aha, Wild, dann geht noch nicht. 70. Okay. Aber... Gebiet passt jetzt soweit. Schau, dass beim Schlachtfeld nichts weitergegangen ist. Der ist irgendwie geil gewesen. Aber naja, was willst du machen? Aha, der Bericht ist glaube ich unten zum Abgeben. Na du nicht, du. Ich bin von den Verlassenen. Ich bin der Verlassen, äh. Tschüss. Ich bin ganz Ohr. Ich hab ein Ohr, äh. Fürchtet die Lebenden. Ja, ich fürcht mich aber... Was ist? Begrüßt den Schlacht. Also... Eine Quest, wo ich im gleichen Gebiet die gleiche Person ansprechen soll, ist... Geschenkt... Geschenkt EP. Da schau. Die können wir auch annehmen. Wir fliegen jetzt nach Unterstadt. Das passt auch super dazu. Ach, der findet die Axt so geil. Ich glaub, die gehalten ich mir. Was benötigt ihr? Einen Flug? Vertraut niemandem. Ich vertraue nie irgendwen. was gibt es noch so zu erzählen damals wieder aktiver geworden zwecks zweiger mir ist aufgefallen dass ich bei tiktok kurzer passagen hochgeladen habe jetzt nicht mehr weil ja weiß ja die kurzvideos fehlen mir einfach 50 minuten da wäre so viele platzen also zuerst mal zur bank alter verwalter ja zuerst einmal kochkunst machen und dann schauen dass wir hier noch lernen dann einmal zum angellehrer schauen ob die auch noch was hat eventuell zuerst zum angellehrer dann zum kochkunst wie viel gold haben wir aha was ist nur da ein leerer der woher ich glaube das ist nicht immer so eine blöde richtung apothekarium ja ja äh alchemie komplett andere seite also fast also wir müssen jetzt mal die alchemie runter glaube ich erinnahme die quest habe ich auch schon mal gemacht was ist fürchtet und nein ins brachland gehen wir nicht mehr und nein ins brachland gehen wir nicht mehr ab gibt es ja kein todes ritterviertel das ist diskriminierung magier gibt's schurken gibt's krieger gibt's und und apotheker das wäre immer interessanter charakter apotheker wie auf den gegner mit fläschchen ha war doch so irgendwie was benötigt ihr sucht nicht sucht nicht den tod nein nicht ich bin ganz ohr ich habe ein ohr äh vertraut niemandem das ist nix ist Prozent keine Ahnung das kann weg sonst noch was die Onkel Fürst den Schützern die Onkel Fürst den Schützern reich äh genau was machen wir zuerst kochen ja genau kochen äh kochen kochen war Zählung fast dann war kochen da so kochen mal durch was benötigt ihr aha tschüss hallo ach tschuldige jetzt zurück fürchtet die lebenden ich bin verlassen ja wenn ich dich anschauen glaube ich das auch gut wir brauchen Kräuterkunde und Bergbaulehrer und zum schluss gehen wir noch zur Bank aktualisieren was wir haben und schauen was wir verkaufen und dann war es das wieder aber vorher hole ich mir wieder mal ein paar Stock habe ich noch doch die grüne Suppe würde sicherlich in 10.000 Jahren schwimmen äh m ja jetzt ein klein wie ich in der Früh was da rein aha da hinten da da aha ich bin von den verlassenen denkt dran Geduld ich habe Disziplin und Disziplin das was ihr braucht bist du dir sicher dass du das hast das können wir weg dann oder äh äh es bringt einen Bonus vertraut niemandem vertraut niemandem ich esse mal von jeden eins aus dem einfachen Grund also eventuell den Erfolg einmal kriegen das ist das könnte ich mir vielleicht sogar passt äh zwei Ausdauer ist ja nicht die Welt aber es sind zwei Ausdauer als nächstes brauche ich in Birgbau Heini 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 und Dressa hätten gewid und Dressa hätten gewid Aha da da und wer seid ihr leb wohl ich bin ich der hat keine Schmiede das hat er drüben so da wollen wir mal wieder Bier und mit und mit be So, hat genau gepasst. Ich glaube, jetzt haben wir soweit eh alles. Jetzt gehen wir mal rüber wieder. Äh, wohin? Weißt du, wie ich mich jetzt erschrocken hab, du dumme Sau wegen deiner blöden, g'schiesenen, depperten Schoß. Bei meinem Headset ist es gerade extrem laut gewesen. Boah, David Hickson. So. Oh, 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 oh. Very happy little lamb. So, okay, so, so, so. So, okay. Genau. So, da nehmen wir mit. So, da nehmen wir mit. Da nehmen wir mit. So, da nehmen wir mit. Und das war's. Ach so, da nehmen wir noch markiert. Was ist? Hm. So. Das verkaufen wir auch. Und das. So, das jetzt eben in der Zwischenzeit mal wieder einen Stream machen. Von PokeMMO oder so. Und dann... Wenn dann glaube ich Fallout 4 wieder mal wieder sein. Und dann... Und dann... Und das passt, liebe Leute. Hast du Interesse in das Rechte? Dann sag ich einmal vielen Dank für's Zusehen. Und bis zum nächsten Mal auf Twitch oder auf YouTube auf dem Kanal. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen. ciao. Einmal wieder! comes qui